Ich hab' markiert. Ich hab' markiert. Ich sehe gar nichts. Ja doch nicht da hinten! Ja ganz oben in der Ecke, der Idiot. Da kommen wir doch gar nicht hin. Der markiert bei uns. Ich bin dafür, dass es mehr Schießereien in der Schule geben sollte. Okay, ab in die Schule, okay? Ah ne Alter, und dann werd' ich wieder abgeschossen. Okay, ab in die Schule, komm Dennis! Wo ist denn denn der Marker? Ich seh' nix. Ich lande gleich am Arsch der Welt. Warum siehst du nix? Ja, hier reg' mich alle auf. Ihr müsst alle sterben! Ich selber! So, ich geh' in die Puzzle-Häuser, ich Puzzle-Watt. Ja, mach' das mal so. Ja, nimm' du die Mittleren, ich geh' erst mal am Rand gucken. Okay. An den Orden. Ach, wach, wach, wach! Wach, wach, wach! Ach, ne, du hast ja nicht auf den Tag. Nee, nee, nee. Oh, ich hab' meine UMP, was geht? Ja, hier spiel' ich momentan eigentlich auch ganz kleine. So. Dann geh' woanders hin, das sind meine Puzzle-Häuser. Du wolltest' in die Schule. Ja, und ich hab' dir gesagt, du nimmst die in der Mitte und ich nehm' die am Rand. Hä, 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 dennis, nix hier abknallt. Keiner gehorcht. So, das hab' ich. Dann nimmst du das jetzt mal. Ich hab' schon verstanden, der Joel hat jetzt gerade gesagt, nimm ihn in den Mund oder so. Boah, hier nimm' meine Nüsse. Also. Ich brauch' nen Rucksack. Dann kaufen die rein. Entschuldigung. Okay. Gut. Was heißt denn das? Ja, wir sind keine Nüsse, da? Aber ich hab' einen Nüsse, da? Ich hab' einen Nüsse, da? Was will ich denn da scheiß? Pumpgun, Mann? Ich hab' den Weg nach unten, wo... Komm mit. Ich hab' einen Rucksack, da? Ich hab' eine Bräser, da war' die nötige. Ich hab' den da. Ich hab' einen Nüsse, da war' die Rucksack. Aber dort... stammt die über vierfach visieren 20 aber ja jungs war ich alles gut das kack die wache nämlich gerne geben die ak sie brauchst du blaue monine ja habe ich ein bisschen was für dich die grüne wenn ich nicht die ak und die mp die ska und die sks das sind auch die einzigsten waffen für die skins hat oh mein gott gibt ich hab oh mein gott habe ich noch schönes gefunden denn hier sind zwei grüne aber ich kann nicht aufhören ich bin schon voll ich bin größere rucksack ich habe doch nicht mit die ak ich habe jetzt die dp 28 die stadt lmg ist das ding so wien in der zone ja sind wir Dennis du kriegst kein vierfaches Visier von mir du kriegst ein sechsfach habe ich gerade eben gefunden ich komme zu dir hast du da einen größeren Rucksack alter ich hab den 1er Rucksack ja ich habe auch nur einen 1er wo ist das da fallen lassen ich gehe dann mal die in der Mitte abchecken hast du die da oben gemacht schon hier wo ich gerade hoch renne ich hab Muni für dich hast du Muni für mich ich habe 90 schuss jetzt brauche ich die blaue Muni doch selber weil ich habe gerade ja ich komme aber zu dir kurz rein ich gebe dir eine grüne Muni man macht die tür noch wieder ich habe die tür nicht mehr zu machen danke schön bitte aber die UMP ist echt nice ne ja mit der habe ich noch den ersten gemacht oder mit der habe ich jetzt die braune Muni ich brauche noch mal bei mir auch ohne Ende wir sind zwei jahre in zwei jahre wirste niemand braucht auch nicht zwei jahre wirste ist doch diese polizeiweste diese schwarze ja die habe ich ja größere Rucksack gebraucht hier ist es gar mit grüner ist mit victor die handgranaten ich brauche mal Muni für meine UMP ja hier oben ist ein stufe zwei rucksack wer schießt du denn es nicht ich bin im gebäude der bruder das grüner schießt das weiß ich stand wir das leben gehen alles gut ich hoffe das kommt aus das ist so ich würde sagen nur zwischen nordosten und ost also die sind definitiv nicht weit entfernt ich sehe sie ausgenockt ich habe mir den einen geholt alter wie laut war das ok ok auf mich wurde gerade geschossen wo jemand braune Muni 300 schuss und hier sind auch noch so viel ja dann bringe ich dir braune Muni mit baa aber bitte scheiß mir nicht noch den kopf oh kam da irgendwo ein schuss ach egal ich will jetzt einen größeren Rucksack haben verdammte scheiße sagt er nicht aber entschuldigung äh verdammte scheiße lululululu penis wo yo oh je jetzt sind wir jetzt denn ich komm zu dir wer weg der nacht lass mich hier rein ja komm rauch weg da geh weg da ich mach das ich muss mich rein von links oder von rechts ähm da wo ich war in das gebäude ok Bruder ich hab mir das video angeguckt du hast das recht du wurdest von links abgeschossen stand ist du standst mit links an der an dem fenster ich habe einen von denen ich muss mich heilen in den ausgenockt hast du hab ich geholt und denn es ist am sniper wie ein gott sagt meine schuldung ich mache immer von ich habe noch braune muni für die cb ja kannst du gleich gehen ump habe ich nicht so viel muni ich habe gerade so mal hier läuft eine aufpassen hier ist ein hundert schuss ja ich gucke auf die tür direkt an der tür der wichser oh mein gott habe ich mich erschrocken danke energy laufen kurz um den gott aus wie dem arsch aber das war ein bot glaube ich aber wie findest das aus wird was ich mir gekauft ist cool welches ist das dann für zehn euro oder was hat er noch braune muni ja der hat noch ganz viel braune muni über 40 schuss hatte ich schlägt noch zwei blendgranaten ab dankeschön hier liegen die machte von dem geklaut auch die grüne muni hier ist ohne ein ganzer berg alter um ja grüne muni nicht schlecht ich brauche blaue muni ump muni umgeblendt wo war das denn oben rechts ganz oben rechts ist der raum ja hier ich habe auch jetzt abgeliebt ist auch granaten und du brauchst auch kann jetzt habe ich über 300 schuss für die ska auch eine handgranate dennis ok auf mich wird geschossen ich sehe ihn auch westen und der ist in dem gebäude vor mir in dem roten junge den hohen schwedetoren sonnhalter und ich komme wie kann man den granatenwurf halten ändern also ok oh mein gott hatten wir bis ansfeld geschlossen keiner von uns hat geschossen dann ist das das ist der typ der im haus ist der von stedenz und der ist jetzt sind das hausgerannt ja bis dort ich muss nachladen leg dich lieber hin leg dich lieber hin weil hinter dir ist ein offenes feld ja ich sehe ich sehe ich komme wirklich ich komme zu dir dennis sehen der erste zum gebäude derzeit kann ich nur ja auch dennis wunderschön gemacht man direkt eine hausgeber aufpackt der braune muni gibt die hermann und geschützt und er hat er hinter uns ist ein dropner in deutsch ist ein drop untergefallen wo ich sehe da zur schule die sind da im grünen gebäude geradeaus eingegangen ich sehe ich sehe ihn vor mir westen läuft der gerade sind ein ganz kleinen punkt laufen okay der ist weg aufpassen er sollte warum trennen wir uns jungs nicht rein nicht so weit wir sind schon wieder in der zonen sagen wir nicht zum dennis oh mein gott auf die schüttliche und das siehst du den ich habe gehört dass ich es ungefähr so aus der richtung kommen ich sagst du stürmen sich ja nur so oh mein gott sich position ist irgendwo ein gebiet alter irgendwo hinten im gebürge der lastigen ich komme wieder runter das war weiter die richtung häuser laufen so wie ich nicht so wenn er jetzt kommt habe ich die leben 3 gedruckt halten war das ja ich habe um die seine fette nicht fett hat mir jetzt schon schauen wir uns gar seht ihr seht ihr den skin die nicht auf das gab dem blauen ja den habe ich schon gesehen da hinten ist ein drop aber da muss ich nicht riskieren da links ist das nicht 60 bei 60 da hinten ist so eine rote kiste auch was mit und sind und so ist und wo als ich ich würde nicht zum drop gehen oder die knallen ist und salat dann wird definitiv irgendjemand schön abwarten aber ich sehe den 340 hast du denn es du bist so ekenhaft schämen dich was ja ja deshalb ja schämlich das ist ekel ich und meine k ja der eine hat sich verpilzt hat es gesehen hat es gesagt so ne du lass mal okay dann weiter zu aber fand ich nicht geil wirst du dich für eine meiner lieblingswaffen der skin kriegen ich habe so viele ich könnte mir das andere die vektor wenn die wirklich so erweitertes magazin hat und dann ist noch geil und dann noch so weiter wiederholt also wieder hinten zu den gebäude bruder im süden oder ja ich habe noch glaube ich 18 euro drauf weil ich bin letztlich für 20 euro ich habe dann wohl schwer das andere paket das ein komplettes outfit da soll ja das hat das habe ich mir nicht geholt weil das outfit für zu extrem auffällig ist wissen okay hier wird wurde geschossen ja dennis hat schon wieder ein dennis wieviel hast du mal hör mal auf damit fünf ich habe erst mal zwei ich glaube mein bruder auch bei uns zwei oder drei hier ist noch mal blaue munition ich werde irgendwie auch ja okay kann ich nicht mitnehmen scheiße brauchst du brauchst du verbände oder ihr seid am looten ich baller hier alles nieder ja so gehört dass du hast du den typen den ich kaputt geschossen hat er hat den job sich holt dass die drei erheben wird die zone ist direkt auch wieder so nah ja warte ich muss ich mal hoch ein ja ein schock und wir laufen nicht nur ich gehe an der seite das war 20 20 richtung 25 okay habe ich die schüsse gehört der ist da hinten bei 40 hinter dem baum da wo ich jetzt hinlaufen so gesehen der ist tot die hat gut genug abgelenkt damit ich einfach nur kurz hin kommen konnte und ja der hat verbände mit der hatte jetzt für mein zwei waffen magazinarbeit und habe ich mir jetzt das hat gepackt woher sieht der juell das hat er so gute augen oder was ja ich sehe ihn auch hier bei 295 die zonen kommt habt ihr denn gekriegt denn der ist in der zonen der verweckt jetzt höchstwahrscheinlich an der zonen der typ auf den ich geschossen habe ich habe diese ball wie weißt die bailey wo ja nicht mit geschaffen hinter uns weiter wurden ja ich weiß dass nicht dass man hier hoch genug zum high ground ja so dagegen schon mal ich bleibe hier erst mal weil wenn ihr oben seit dem herrückendeckung keine ahnung ich habe ich vermute natürlich hinter diesem scheiß baum erfährt sich dann der ist hier da ist weg also ich habe die rückendeckung legt dich am besten hin oder so wenn du stehst bisschen einfach wenn du noch verbände brauchst oder sind das lagen ich habe 25 stück du hast recht ab und ich sag mir auch mal alles gut bei den augen dennis und hochkommen ist nichts hat er irgendwie noch einen helden gehabt und der helden darf ich den haben ja danke danke weil immerhin beim arsch motorrad ich weiß aber nicht wo ich habe das war jüngst von uns ja mein sohn der macht viel nebengeräusche ja ich höre die nebengeräusche auch die schüsse kommen auch ungefähr so aus 195 200 210 also südlicher richtung kommen die schüsse ok ja sie ich bezahlen so südwest hast du noch genug verbände bruder 25 verbindet drei medikets ja ich habe gar keine medikette kommt ich weiß gar nicht ob ich genug ne ich hätte noch nicht platz dafür ne ich habe keinen platz lass es lieber 5 am leben und drei davon sind wir nur noch zwei und der eine auf dem motorrad das heißt ich gehe jetzt vor und mache so gesehen einen auf lockvogel ihr bleibt erstmal zurück ja wegen der zone das ist mit den anderen bau ja 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 oder 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 das ist das das ist das ja ja sondern und von 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 weiter die laut waren die playstation von gewahne ist ja nicht nur eine wir sind hier eigentlich immer noch im zonenbereich nur einer sollte vielleicht zurück geschossen ja schlecht zu sagen von mir aus rechts das kann nicht sein okay sniper groß echt mal ein besseres headset weil die schüssel kam nicht von da dennis hat den denis hat den gesehen jetzt muss ich mal hochheilen zu werden wenn er denn gut wird sich hinterm baum der dicke direkt vor mir ja ja das ist der druck der da hatte gefressen hat ich habe keinen keinen das sagst du mir wenn ich jetzt weggegangen bin das ist doch egal der läuft da vorne der eine ist an der anderen zonenrand beim dennis ja genau der da laufen beide beim dennis also wenn du jetzt schaffst einen weg zu machen bruder der eine ist dauerung links von dir guck mal nach links oh mein gott denn es hat's gemacht nein oh mein gott dennis ich liebe dich dennis ich habe die trofäe bekommen kampf gegen mich hin komm mal man komm mal man komm mal man komm mal superman punch aber man kann die karte sogar noch größer machen unten okay wo sollen wir hin auch wenn er ok mit dem bahn war schon immer bitter 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 was miltan miltan ist ein pokémon also wenn ich die nächste jetzt gleich in irangel wieder bin dann gehe ich zur will hinterl gedächtnis städte für ehre hat eine eigene gedächtnis städte für ehre für ehre für ehre für ehre was gesehen haben sie geholt sollen wir raus also so wo fliegt denn der dennis ich habe auch die verloren gerade auf jeden fall sind wir nicht die einzigsten die ich gesehen habe wie immer wie immer villa kunterbombs ok wo landest du direkt in der villa bruder oder er außerhalb ein bisschen außerhalb außerhalb da komme ich zu dir nein ich bin direkt auf die villa fack also ich sehe gar keinen nein nein aber die fliegen weiter nach da ok das ist denn ist doch bei dir ist einer dennis und wie wir sind wieder in der zone ja lauf ok ich habe eine waffe ich habe keine ich habe eine bratwanne ich habe spurt ich habe sie weg damit geht jetzt nicht in die mitte warum deswegen kann man noch mal die pistole nehmen ich habe mich erschrocken dennis mit am ich meine auch ich 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 Oh. Dann muss ich noch mal mit. ich habe keine gute wacht hat nur gescheiß pappert bei mir ist jemand ist dort boah die pappgang ist mal geil also 1897 hatte damit kein ruck wie du hast kein rucksack zu dem ich habe wichser alter mir ist rucksack und groß okay ich komme zu dir jetzt dafür wechseln war jemand noch bei dir dann war es nur der eine ich bräuchte mal langsam den helm denn es ich habe achtfahrt wie sicher für dich ich komme aber danke für den rucksack brauchst du einen verband ich brauche nur eine sniper brauchst du verband ich habe sanitätertasche habe ich und zwar mal schmerzmittel oh mein gott danke gib mir pumpgun money die pumpgun gefällt mir das ist standard ich lege es dir hin ja das acht fach ich habe das g36c und die ump die ump war die erste war für die stelle gefunden ich brauche langsam mal ein helm ich habe immer noch kein bruder du brauchst die blaue moni ja 120 schuss hat er denn es ist liegen dass du es kommt zu den pp ich habe nicht suche paulo moni ich habe doch richtig schuss alter ihr bruder neben dem was gesagt du brauchst den hellen hier liegt in der zwei jahre hole ich bitte schön irgendwie jemanden erweitert das magazin für mp findet bescheid mit ich brauche einfach hier habe ich kommt zu dir hier in der braune moni die tür aufgemacht der pump wieder hin gezielt warte mal hier lag der tote spieler hier liegt ump money noch einmal 30 schuss muss sich vorstellen guck mal ich stand hier mit der pampi hier so der kommt rein kriegt zwei schüsse in die presse war leise ich war die pampen ich brauche die pampen money und die 9 mm schießt dass die braunen die neun millimeter ist braun roh und die pampen einfach in so einem 50 schuss habe ich noch mit gehabt dankeschön weil ich habe die p5 kann das mal in die villa guck mal es hier so gibt hier liegt auch noch ein handgriff für dich wenn du irgendwas findest du eine pampere stufe zweier weste gibt die herrschaft und stufe einsatz wie sie hier brauchst du das ich habe eine karabiner muss nur das holo wie sehr weiß ich nämlich dass du meine mp katar so waffen ausgestattet bin ich jetzt gut okay wir sind in der zogen das ruhe denn ich war ja als erstes mit mir in der villa kann lieber die monier wer war das aber hier in der nähe wird geschossen sind in die richtung 295 nordwest ungefähr da kamen die schüsse das hat die schüssel ich weiß gehört ja ich glaube ich muss mir neue zeit zu sagen so tun sagst du mir vorher bescheid und wir gehen dann zusammen ich wollte morgen schon nach der arbeit gehen also ich gehe ganz allein ich rufe dich einfach an man kann ja anrufen da war eine feierabend hast ungefähr und dann können wir uns treffen wenn du bock hast ja dann habe ich wenigstens ein grund mal aus der hütte raus zu gehen denn es hat auto hier drin ist einfach gar nichts hier ist tot gelootet wir beide schon waren dann hast du woanders und somit zur richtung testen oder die land laufen hier ist noch blaue ich brauche grüne grüne nice der arie ist da schatz ich habe 250 mp hat 210 für die 36 c das ist ja eigentlich reichen woanders lang nicht im land oder so oder auch dabei hier so weil da ist ja schon jetzt wir werden ja okay das ist doch da kommst du bitte jetzt sind wir hat es gesehen bei der runde nicht hochgeladen habe die schüsse die kam echt von links ja aber als du angeschossen wurde ist ja und du schaffst damals aber da schaffst du links zum haus das stimmt dass du gesagt hast von links aber jetzt sagen müssen als ich angeschossen als du da noch zustand war dass ich das wieder noch mal angeguckt für mich sah das raus das wäre das wirklich so gewesen er war ja auch aber du standst in dem moment als du angeschossen wurde es noch mit der linken seite am haus du hast recht es war links ja stufe 3 auch jemand anders noch blau muni ich brauche nur ich habe mich nicht eingesammelt brauchst du braun denn ich brauche ein fairer visier ich habe schon oder 4 wenn ich das kriegen könnte ja kann ich dir geben brauchst du brauchst du grüne muni die wird geschaffen kommt zu dir ich bin das jetzt der reinkommen nicht wundern hier das vierfach visier und die muni und sie schoss das vierfaches cool und auf der ump habe ich ihn dreifach auch noch ump bruder habe ich fast 300 schuss ich hatte noch 90 für dich ich habe ich zuerst mal genug wenn sich mal hier trau ins haus reinzukommen schluss mit der pump kann weg nach schlauze draußen na jetzt ich habe sogar jetzt ein vierfach für die mp gefunden schluss mit der ump schluss mit der rüben schluss mit der rüben schluss mit der rüben Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 an den armen das ist ekelhaft wenn meine hände schwitzen ja die auch hier kriege ich jetzt auch mit dem rücken direkt am fenster ist verkacken es ist wichtig freue ich mich schon gesagt meine vernunft hat eine wohnung im unterrad da muss jetzt auf eine rückantwort warten ja sonst habe ich immer nach befeuern geredet holthausen direkt an der haltestelle dort wo alles ist weiß sind wir sind immer noch im bereich auf 170 job habe ich einen genockt der worte den loot haben aber ich habe den kill nicht gekriegt ich glaube der wird hochgehoben das geht bruder bleibt da oben ich gucke hier beim eingang guck hinter uns in die villa dann ist gut vorne begrüßt hinten und ich halte den eingang im auge das heißt bevor die bevor dir und du jemanden siehst du nicht aus der seite falls es doch jemand schafft in die reinzuschneken bin ich ja direkt da abm Ich bin hier, ich lieg hier, ich werd hier abgeschossen Ich hab ihm den Blickfeld, ich hoffe Ja um die Ecke vom gelben Haus, da ist einer Auf, pass auf, der ist ja, gerade ausgeregt Hab ihn genockt Da ist noch einer, am Balkon Ja, hol ihn dir, wir sind hier oben Oben? Ja, der kommt auf dich zu, der ist hinter dir Boah mein, der kommt nach Sebi, komm ich holen schnell Ja Sebi, ich hab den K, mit 8 fach, Eintracht Mach, mach, nimm dir ruhig Da ist noch einer, da ist noch einer Da, da pushen zwei, da pushen zwei, Greg, alle aus Da, wo du geguckt hast, Greg, wo du siebi, wo du die Dings Nein, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir Hinter dir sind noch welche Öffne doch einfach Das ist ins Haus wieder Ja, hinter dir sind noch welche, ne Achso Genau da Ah, okay, da Genau in der Richtung Der Dings wurde einfach weggemacht Ja, ich wollte nicht von denen, ich wurde von allen Seiten gesnippt Aufpassen, Bruder, die wirken nicht so zu verpassen Das Team ist hinter dir, Sebi, ne Das Team ist hinter dir Graue Munition, wie so ein Irrer, der Dennis Nimmst du die K, mit? Nee Oder Mein Gott, oder doch, komm Nimm direkt das 8-fach Visier dazu Aha Geht mich beeilen, Sebi Ja, mein Gott Sohle, komm Ja, komm Ja, komm Komm, 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 komm Komm, komm, komm Ja, ich muss sagen Ja, ich muss sagen Ja, was soll ich denn machen Das Team hat zum Glück euch nicht gesehen, Alter Was mich auch noch von hinten umgeschossen hat Okay, Renten, los, lauf, lauf, lauf Ja, lauf Mach die Waffe weg, dann lauf Das heißt, schmerzt Wenn wir vor uns ein Haus Was in der Zone ist Ich glaube, ich wurde geschlossen Vorne Glaublich Vorne, okay 145, so ungefähr die Richtung Aber rechts hinter uns wird auch geschossen Also aufpassen Jo, da ist einer im Snippen Und ihr habt nichts für Fernkampf Nur feige Fotzen snipen Wie ich? Auto, Auto Da drin ist jemand Geh hinter die Kisten, Sven Nein, da soll die reinkommen Ja, wie der bei dem Kumpen Guck, 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 guck Der kommt zu uns Der kommt zu uns Direkt vor mir ist noch einer, Alter Der kommt direkt zu zwei Pitschgarsaltare Ihr wollt unbedingt schrecken Ich hab extra gesagt hinter dir Der Motor ist tot Der Motor ist tot Nein, da kommt der rein, guck auf die Tür, guck auf die Tür, wer ist an der Tür Der läuft entweder rechts oder links lang Wenn der jetzt zu mir läuft, sag ich dir Bescheid Der ist mit dir im Raum, da für Granate irgendwo Der ist hier mit dir im Raum, guck nach rechts Der ist nicht mit mir im Raum, der steht draußen vor der Tür, da wo er gerade aufgemacht hat und sich kennt Ich bin am Arsch, mein Helm und meine ähm Meine Weste sind im Arsch Ich hab's hier mit dir Deine Die Deine Die 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 ja mann alter holt er sich den einfach, ja, das läuft 2-0 aneinander gewonnen, alter einer am leben ich hab nur kids, den schicken Dimmer gewonnen